Steve hat an dich geglaubt. Er hat dir vertraut. Warum hast du den Schild abgegeben? Kannst du akzeptieren, dass ich tat, was ich für das Richtige hielt? Diesem Schild gerecht zu werden ist... ...nicht so einfach. Ich bin Captain America. Naja, ich weiß, was wir tun müssen. Dann gebe ich euch einen Rat. Kommt mir nicht in die Quere. Wir haben dieses Land aufgebaut. Schild oder nicht. Ich lasse mir von niemandem verbieten, dafür zu kämpfen. Wir wollen nicht, dass noch jemand verletzt wird. Das wollt ihr nicht wirklich. Doch wollen wir. Wir wollen sich wieder zurückrufen. Verzud Dáuer, dass wir hier noch nicht erwartet haben. Ist das nicht neu, eben das Kinder für mich? Kinder für uns dort.